So, wir haben uns den nächsten Aussteller vor die Kamera gerufen. Das ist die Frau Sunic von der Firma V-Tiermann. Und ihr seid ein Resultungsunternehmen, noch ganz frisch am Markt. Und habt irgendwas mit interaktiven Unterweisung oder sowas. So oder sowas. Aber jetzt stelle ich mich auf das Internet vor. Hallo, ich bin David Sunic von der Firma V-Tiermann. Wir sind ein neues Unternehmen im Bereich e-Health und bieten als erstes Online-Seminar das Thema Stressbewältigung und Burn-out-Prevention. Das ist ein 8-Jähriger-Seminar, das ich im Internet als Schüler absolviere. In dem geht es natürlich um die Sensibilisierung zu dem Thema Stress und Stressbewältigung. Ich stärke meine Stresskompetenz und lerne natürlich etwas über mich, über eventuelle Stressfaktoren und wie ich natürlich am besten damit umgehe. Und das ist so das Thema. Bietet ihr das für gewisse Firmengrößen an oder ist das auch Branchenübergreifung? Das ist völlig unabhängig, das ist branchenübergreifend. Egal, ob ich jetzt 5 Mitarbeiter habe oder 500, das ist für Jedermann tatsächlich sinnvoll und nutzbar. Es ist zertifiziert. Ich kann das also als Unternehmer und natürlich auch als Privatperson über die Krankenkasse abrechnen. Denn wir sind tatsächlich das erste Online-Seminar multimedial, in dem auch echt das eben zertifiziert wurde nach den entsprechenden Präventionsnissen. Da sind wir auch ganz stolz. Das kann mir denke ich auch zurecht sein. Also wieder ein News-Unternehmen, ähnlich wie die Sie, vor allem auch. Die ist auf dem Weg da vorne. Ich wünsche noch viel Erfolg auf dem Weg und vielleicht sieht man sich nochmal. Auf bald. Yo, cheers. Cheers.